Ja, moin moin, willkommen hier aus dem Norden. Schön, dass du reinschaust und was erwartet dich heute? Heute erwartet dich eine Wurzelgleichung. Eine Wurzelgleichung ist eine Gleichung mit einer Wurzel. Und die werden wir heute lösen und dazu auch, glaube ich, die PQ-Formel benutzen, um das Ganze dann nachher komplett irgendwie nach X aufgelöst zu haben, brauchen wir die PQ-Formel, schätze ich mal. Schauen wir uns doch die Aufgabe einfach mal an. So, ja, da haben wir die Wurzelgleichung. Warum ist es eine Wurzelgleichung? Weil wir hier eine Wurzel in der Gleichung haben. Und die Frage ist natürlich, wie löse ich das auf? Gibt es da irgendwas, was ich tun kann oder was ich beachten muss, um so eine Gleichung auflösen zu können? Und ja, das gibt es und das seht ihr jetzt hier in der Lösung. Wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass wir diesen Wurzelausdruck isolieren. Tja, was meine ich damit? Was meine ich mit isolieren? Ich meine damit, dass die Wurzel auf einer Seite alleine steht. Das, was wir jetzt hier haben, gilt jetzt erstmal nur für den Fall, dass wir eine Wurzel in unserer Gleichung haben. Ich bringe jetzt also hier das, was da sonst noch so steht außer der Wurzel, also hier die minus 4X, erstmal auf die andere Seite mit plus 4X. Dann habe ich hier Wurzel X² plus 7. Und auf der anderen Seite habe ich minus 8 plus 4X. Ich finde das ein bisschen blöd, dass ich hier zuerst minus 8 habe und dann plus 4X. Ich drehe das Ganze nochmal um und zwar schreibe ich hier einfach 4X minus 8. Das finde ich einfach schöner. Kann ich machen. Warum kann ich das machen? Ich kann innerhalb einer Addition, Subtraktion, kann ich die Zahlen vertauschen, wenn ich denn die Vorzeichen mitnehme. Also 5 minus 4 ist dasselbe wie minus 4 und plus 5. Also auch hier auf der rechten Seite hat die 4 ein Minus vorstehen, Vorzeichen, und die 5 das Plus. Was ich nicht machen kann ist, 5 minus 4 ist dasselbe wie 4 minus 5. Das stimmt nicht. Also immer mit Vorzeichen vertauschen. Das habe ich hier gemacht. 4X ist positiv, minus 8 ist negativ. Wenn ich jetzt die Wurzel isoliert habe, dann komme ich jetzt zum eigentlichen Schritt, um die Wurzel aufzulösen. Ich quadriere das Ganze. Und das ist natürlich eine gute Sache. Denn wenn ich das jetzt quadriere, fällt die Wurzel weg. Eine Wurzel, die ich quadriere, löst sich auf. Also wenn ich x Quadrat plus 7 habe und ich quadriere das jetzt hier, dann kürze ich sozusagen die Wurzel und das Quadrat weg. So, das werden wir jetzt mal wegradieren. Bumm, bumm, bumm. So ist es. Blöde ist, dass ich auf der rechten Seite jetzt nicht das und das jeweils zum Quadrat nehmen kann, sondern ich muss die komplette rechte Seite einklammern und das dann zum Quadrat. Das ist blöd. Warum? Weil das nämlich dann so eine binomische Formelgeschichte ist. Und wie man jetzt diese binomische Formel hier auflöst, das werde ich euch natürlich zeigen. Aber vielleicht wisst ihr das ja auch noch. Also hier vorne ist sozusagen unser a, das hier ist sozusagen unser b. Wir haben also a minus b in Klammern zum Quadrat und das ist aufgelöst a Quadrat. Und hier ist das Ganze dann in Klammern zum Quadrat. Ja, a ist nämlich 4x. Das quadriere ich, also beides zum Quadrat. Minus 2 mal a mal b, 2 mal 4x mal 8 plus b Quadrat plus 8 Quadrat. Klar kann man natürlich alles sofort zusammenfassen. 4x Quadrat sind jetzt 16x Quadrat. Also die 4 wird quadriert und das x. Dann haben wir hier minus 2 mal 4 sind 8. 8 mal 8 sind 64x. Und hinten auch plus 8 mal 8, 64x. So weit, so gut. Alle Klammern sind aufgelöst. Die Wurzel ist weg. Was mache ich jetzt? Jetzt bringe ich alles von der einen Seite auf die andere Seite. Ob jetzt von links nach rechts oder rechts nach links, ist egal. Ich mache es mir natürlich einfach, weil hier stehen ja nur zwei Sachen. Bringe ich die also auf die rechte Seite. Minus x Quadrat, weil hier plus x Quadrat steht. Und ich rechne auch gleich noch minus 7. Ich mache sozusagen die zwei Schritte auf einmal, weil hier plus 7 steht. Null gleich. Gut, das gleiche Zeichen. Ist ein bisschen verrutscht jetzt. 16x Quadrat minus 1x Quadrat sind 15x Quadrat. Dann habe ich minus 64x. Das bleibt so stehen. Und 64 minus 7 sind 57. Zack. Jetzt habe ich schon mal einen großen Schritt hier geschafft. Das heißt, jetzt habe ich eine Null auf der einen Seite stehen. Und auf der anderen Seite steht jetzt etwas mit x Quadrat mit 64x. Und eine Zahl 57. Das kann ich jetzt mit der PQ-Formel lösen, wenn ich vorher durch 15 rechne. Durch den Faktor, der da steht. Dann hätte ich x Quadrat minus 64x. Das schreibe ich mal hin. Und hier haben wir 57x. Das kann man jetzt theoretisch mit der PQ-Formel lösen, indem man jetzt, also händisch, indem man das für P einsetzt und das für Q einsetzt. Also erst, wenn hier vor dem x Quadrat eine Faktor 1 steht, beziehungsweise den kann ich auch weglassen, also da nichts mehr steht, kann ich die PQ-Formel händisch nutzen. Aber wir machen das jetzt mit dem Taschenrechner. Und dazu brauche ich das Ganze nicht durch 15 Teil. Wenn ich das mit dem Taschenrechner machen will, dann brauche ich hier die 15, die minus 64 und die 57, denn das muss ich eingeben. Und zwar drücke ich jetzt hier mal Menü und dann auf dieses Minuszeichen. Also ich habe hier den Casio ClassWiz hier, den Oshii. Und da ist das Menü dann auf dieses eingeklammerte Minuszeichen, dann auf Polynome Gleichungen. Das ist 2 und dann zweiter Grad nochmal eine 2 drücken. Wie diese quadratische Gleichung jetzt bei euch im Taschenrechner berechnet wird, das werdet ihr vielleicht selber herausfinden. Jetzt gebe ich da ein 15 gleich, minus 64 gleich und 57 gleich, nochmal auf gleich und dann schmeißt er mir hier direkt die Lösung raus, x1 gleich 3, dann drücke ich nochmal auf 3 und x2 gleich 19 Fünfzehntel. Das wären jetzt meine beiden Lösungen und eigentlich muss man sagen, jetzt sind wir auch fertig. Das sind die beiden Lösungen. Wir haben die Wurzelgleichung gelöst und schauen wir uns jetzt nochmal kurz an, was wir da alles gemacht haben. So, also ausgehend von einer Wurzelgleichung hier, in der eben nur eine Wurzel jetzt vorkommt, haben wir gesagt, wie können wir die lösen? Erster Gedanke war, alles muss auf eine Seite, was nicht die Wurzel ist, das heißt die Wurzel hier sozusagen isolieren. Das haben wir gemacht, 4x auf die andere Seite, dann stand die Wurzel hier nur noch alleine. Danach müssen wir das Ganze quadrieren, um die Wurzel wegzubekommen. Im nächsten Schritt haben wir hier die Wurzel weggehabt, auf der rechten Seite aber wichtig, in Klammern zum Quadrat. Nicht irgendwie das einzeln quadrieren, das einzeln quadrieren, nein, wir haben hier dann nämlich eine binomische Formel. Die haben wir hier aufgelöst und haben dann alles, was auf der linken Seite steht, auf die rechte Seite gebracht. Wir hätten auch alles von rechts nach links bringen können. Egal, wichtig ist nur, auf der einen Seite steht dann die 0, denn jetzt können wir das Ganze mit Hilfe der pq-Formel lösen. Entweder händisch, dann müssten wir nochmal durch 15 teilen, also vor dem x-Quadrat darf dann nichts stehen, denn dann kann ich erst mein p und mein q bestimmen. Oder aber man lässt es so und kann das dann gleich hier mit dem Taschenrechner machen. Da brauchen wir dann diese ganze Geschichte nicht mehr kompliziert irgendwie mit Bruchrechnung und so auszurechnen. Ja, und dann sind wir fertig hier mit unserer Geschichte und ich würde sagen, danke schön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.